Wir schauen uns ein paar Leute an. Wir akquirieren Leute. Let's go. Also das Fisch und das mit der Mine. So, wir müssen auch an die Steuern denken. Das bedeutet für mich, im Winter kümmern wir uns um ein paar Rezepte herzustellen. Damit wir im Frühling die Steuern lassen, die aktuellen. Wir sind bei 600. Die Zahl aktuell haben wir 351. Mal schauen, ob wir hier direkt einen Leckerbisser landen. Und einen guten Stipfen für... Drei. Wie machst du das? Lambert. Warte mal, mach's gut. Drei. Den haben wir. Bei dem Ganzen, die vorrättet, hat er... Ich habe eine Hütte. Großartig, wir sehen uns dort. Tschüss. Dobrovoi. Also, der war ein Volltreffer. Bestätigen. Dobrovoi. Arbeitsplatz zuweisen. Also, jetzt nochmals für mich. Kräuter. Hütte. Nein, Gewinnung hier. Die sammeln das Zeug soll es ein... Oh, geil. Falsche Jahreszeit. Warte mal. Was brauche ich alles für den Ausdauertrank? Löwenzahn und Wegwarte. Und Wegwarte ist... Richtige Jahreszeit. Also, 25% davon. Falsche Jahreszeit. Breiten Weg, die ist auch immer gut. Machen wir trotzdem kaum. Geil. Der sammelt zwar jetzt nur am Anfang. Aber dann haben wir genug Ressourcen, um Tränke herzustellen. Und ich glaube, solche Tränke kann man teuer verkaufen. Wenn man die dann schnell herstellen kann. Das ist die Voraussetzung. Also, ich hoffe, dass das klappt. So, und das andere war mit Mine. Eine Frau mit Mine. Ah, scheiße. Ich hätte mich zuerst umsehen sollen. Scheißendreck. Wir müssen nach Pranik kommen. Ob wir das in der Nacht schaffen? Mal schauen. Immer Bogen. Oh, ist der Bogen hier? Wenn wir das noch schaffen. Oh. Ja, wir sind gleich da. Und bald ist auch das Jahr zu Ende. Nicht das Jahr, die Saison. So, wir haben es geschafft ins Dorf. Da stehen aktuell drei Leute zur Verfügung. Und hier ist auch die Kräuterheilerin. Oder? Dachte ich mir schon. Warte mal. Okay, den hat er nix. Ob der jetzt lassen muss. Eine Dame ist hier. Die hat nur eins. Dann gehen wir nach Baranika. Mal schauen, ob es uns jetzt dann zurückspumpt. Was war das für ein Fähig. Hat sich wie nach einem Greifern gehört. Da ist eine Höhle. Habe ich zufälligerweise eine Spitzsacke dabei? Nein, ich habe keine Spitzsacke dabei. Jetzt schon. Einfach, wie war der Name? Steinspitzsacke. Fünf. Bisschen Koffer abbauen. Zinn. Das brauchen wir auch. Okay, jetzt habe ich zu viele Steine dabei. Was ist das hier? Hier ist nix mehr. Hallo? Ist hier jemand? Boah. So, come on. Das schaffen wir noch. So, und jetzt müssen wir nur kurz warten. Perfekt. Ging ja richtig geil auf. Nice, 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 nice. Äh, Steine. Sie hat eine Quest für uns. Wie geht es dir, meine Schöne? Ich habe gerade an dich gedacht. Hast du warten, warum? Nun, es ist schon eine Weile her, dass wir einen besonderen Abend für uns hatten. Verstanden. Und es wird... Verstanden sofort. Oh, Brauer. Ich habe ein paar Dinge vorbereitet für die richtig stimmig. Ich habe einen teuren Wein für uns bestellt. Wir sollten eine Weile in Gusto abholen können. Willst du das machen? Schon unterwegs. Geil. Wein. Hm. Ausrüsten. Wo ist der Pelzmangel? So, warte mal. Ich habe einen Pelzumhang. Ich habe das dicke. Was soll ich denn sonst noch am Abend haben? Okay. Da, Idee, Vorsache, Lachen, Christ. Kann ich dir bei etwas helfen? Ich könnte deine Hilfe brauchen. Was gibt's? Ich habe vor, auf Jagd zu gehen, aber mir fehlt noch etwas ganz sicher. Das wird nicht allzu lange dauern. Boah, geil. Boah, das mit der Spitzack hat sich sowas von gelohnt. Geben, 10. Geben, 10. Geben, 10. Hier hinpacken. Hier hinpacken. K4 Kupfer. Und 10 Erz auch noch gleich reinpacken. So, also, für zum Schmelzen brauchen wir Kupfer, Erz, Zinn, Erz, Bronze. Warte mal, ist Bronze besser? Ja, definitiv. Steine wollte ich noch schnell holen. Neben Quest. Ein schmutziges Geschäft ist eine Geschichts-Quest. Oh. Haha, was hast du mit uns vor, Ludwika? Hm. Aber gut zu wissen, dass wir da eine Höhle haben. Wenn ich das, ähm, richtig sehe, Kriegen wir für... Kriegen wir für... Steinspitzer-Gegeben am meisten. Oh, das wird, das wird ein bisschen eine Herausforderung. Nein, wir haben vergessen, das war jetzt Corona zu bauen. Scheiße. Oh, schade. Nein. Nicht Doli. Oh, Mann. Egal. Gibt Schlimmeres. So. Ich denke mir, das hat damit zu tun, dass er ein gutes Haus hat. Ja, falsche Jahreszeit. Okay. Ich verstehe. Dann wäre es ja am besten, wenn er im Frühling bis Herbst jeweils sammelt und im Winter dann, äh, Tränke braut. Oh, ich bin gespannt, was so ein Ausdauertrank dann gleich kosten wird. Boah, wenn wir eine Mine bauen können, dann, uff, das wird heftig. Ich... Ich... Wir haben das Materiallager fast vor. Warte mal. So. Den mache ich zu, den mache ich zu, den mache ich zu, den mache ich zu. Ja, das sieht doch gut aus. Ich glaube, am besten, wir machen nachher folgendes. Einmal mit Wasser verkaufen. Das würde bestimmt auch gut Kohle geben. So, und bei wem darf ich denn den Wein abholen? Ah, Adelina ist die Schlimme, die den Wein hat. Ähm. Wer meckert mir jetzt denn? Kein Material. Ähm. Ah. Hä? Aber wir haben doch Verdorbenes. Okay, egal. Tag, ich bin hier, um den Wein abzuholen. Deine, meine Frau habe ich da... Ah, den. Guten Tag. Ja, richtig. Da mit dem ansteckenden Lachen. Ich weiß. Das beschreibt sie ganz gut, würde ich sagen. Ja. Ich habe...